You're a rebel, that's you can't die Ooh, B-Frame Rauschen, was geht ab? Müll sei kein Mann, Gap du Diki am Start Ihr fragt euch grad, was machen die bloß? Und warum sitzt Diki nicht auf meinem Show? Gap du Diki Hallo Freunde, wir haben eine Kleinigkeit für euch heute vorbereitet Aber vorab, wir bleiben wohl eher beim Metalcore, denke ich Das hätte ich ja auch gesagt, ja Aber wir waren so frei und haben immer für witzige Videos in den letzten Monaten zusammen geschnitten, Leute Viel Spaß Like and share Denk an eine Acht Warum an eine Acht? Weiß nicht, eine Acht entspannt Oder an Toastboden An was? An Toastboden, dann lacht er an, geht nicht Toastboden Jetzt Ich will jetzt mal was auf Was ist das? Der Kellner dort Weil du musst sagen, Alter das war doch der und der Nicht so, das war der und der Als ob ihn das interessiert Okay Alter das war der Kellner Entschuldige Wir müssen noch bei sich schauen Ja du musst schon auch so schauen Alter das war der Kellner Ich muss sagen, ich glaub das war der Kellner von heute Entschuldige Ihr redet so viel Scheiße, sagt's einfach Burger King Was war denn das für einer? Guten Abend meine werten Zuschauer Mein Name ist Vincent Reuben Geister- und Gespensterjäger Banu-Schauspieler Und Mentalist Ich denke das nicht, ich denke Was war denn das für heute Roto? Du musst mich anschauen, ne? Ja Verzeih mir Ja 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 Nein Das ist höhem Wasser,器!